Hey ho Leute und damit erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Return to Castle Wolfenstein. Wir sind bei Mission 6 Teil 4, Unheiliger Boden. Das Briefing ist immer noch das gleiche und unsere Missionsziele sind finden Sie die Städte der Salbungszeremonie und zerstören Sie alle Supersoldaten. Es geht also in die finalen Runden. Let's go! Gut, Madame Blavatsky wird jede Sekunde die Zeremonie einleiten. Sobald sie begonnen hat, achten Sie darauf, nicht in Richtung der Ruinen zu sehen. Was? Was passiert, wenn wir... Wenn wir hinsehen? Als erstes würde Ihr Blut anfangen zu kochen. Und danach? Na ja, danach ist es eigentlich auch egal. Oder nicht? Bleiben Sie auf Ihrem Posten und achten Sie darauf, dass wir keine Energie verlieren. Verstanden? Jawohl, jawohl! Jawohl! Auch wieder alle hier im schön knappen Lederoutfit. Im schön knappen engen Lederoutfit. So kennt man sie. Gut, ich würde sagen, wir probieren es mal wieder mit der Stan. Vielleicht schaffen wir es ja ein bisschen, stealth zu bleiben. Okay, ne, wir schaffen es nicht. Na gut, dann scheiß drauf. Dann, ganz ehrlich, dann leckt mir am Arsch. Dann ballere ich euch jetzt einfach mit der MP40 über den Haufen. Wie ihr wollt! Wie ihr wollt! Ist gar kein Thema für mich. Da habe ich keine Skrupel, da bin ich am Start. So, es hat bestimmt auch nicht die ganze Festung gehört oder so. Na gut, im Schloss ist ja nichts mehr übrig. Da haben wir ja schon alles abgemurkst. Aber das müssen die doch hier draußen gehört haben. Also, das kannst du mir nicht erzählen. Die Schüsse, die hörst du doch über Kilometer weit. Ja, die haben es auch mitbekommen. Okay, dann würde ich sagen, kommt die Sniper mal wieder zum Einsatz, wa? Die wird auch so selten benutzt. Ach, guck mal. Hier, schon mit Stacheldraht alles abgesperrt. Stacheldraht und Panzersperre. Was sind hier? Ach, die Energiezellen für... ...für dieses... Ne, sag schnell, wir hatten doch hier dieses andere Ding noch. Genau, das Teil. Das habe ich noch gar nicht benutzt. Fällt mir gerade mal auf. Wird mal Zeit. Hier kann ich was kaputt machen. Sobald ich was kaputt machen kann, dann muss ich es auch einfach tun. Ich kann dann auch einfach nicht widerstehen. Ich weiß auch nicht. Es ist ein Drang. Es ist eine Zwangsstörung. Ich weiß auch nicht. Ich habe ein Problem, Leute. Ich habe einfach ein Problem. Ich will dieses Ding benutzen. Ich will mal gucken, was das Teil kann. Das haben wir jetzt schon eine ganze Mission lang, ne? Und ich habe es noch nicht einmal benutzt. Ich fühle mich schon richtig schlecht, deswegen. Wow! Scharfschütze! Scharfschütze! Habe ich sie erwischt? Ist sie tot? Ich glaube, ja. Ja, das mit dem Aim klappt immer noch nicht so ganz mit der Zielvorrichtung. Es ist immer noch ein bisschen hakelig. Macht auf die Luke! Ja, die gute deutsche Eiche. Die kann man einfach nicht eintreten. Das geht einfach nicht. Ist einfach nicht machbar. Okay, hier schlägt der Blitz ein. Ist das möglich? Wäre jedenfalls witzig. Das wäre doch eine geile Art, abzutreten. Oh Gott, der ist ganz hinten auf der Null, ey. Da komme ich mit meinem Finger gar nicht so easy hin. Na gut, die braucht aber schon eine Weile, bis die die tötet. Ich habe mir da jetzt ein bisschen mehr von erhofft, muss ich sagen. Also so schnell, wie ich da immer tot war, ne? Ich wollte es nur mal anmerken. Okay, hier liegt einfach so ein Medikit rum. Perfekt. Ja, vielleicht sollte ich mir die Waffe für die Supersoldaten aufsparen. Ich glaube, gegen die könnte die ein bisschen effektiver sein. Eventuell. Ist aber auch nur so eine vage Vermutung von mir. Ist hier irgendwas? Kann ich das irgendwie kaputt machen? Schön die Augen nach Secrets offen halten. Wow. Schon wieder irgendwo ein Sniper. Oh, mit dem Baum hockt die. Erwischt. So, hier war aber noch einer. Wo ist die hin? Die war doch da gerade noch. Will ich mich verarschen? Da hinten ist sie. Komm vor hinterm Baum. Na komm. Trau dich. Erwischt. Ah, das schöne MG42. Oh oh. Was geht denn jetzt ab? Ah, das ist gar nicht gut. Okay, hier komm ich schon mal nicht rüber. Das war der Zugang zu Burg Wolfstein. Verdammt nochmal. Oh oh. Oh oh. Uh, uh, uh. Alter. Wer schießt da? Shit, shit, shit. Lauf, 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 lauf. Ich habe nicht gespeichert. Das sollte ich gleich mal tun. Der schlimmste Fehler, den man machen kann. Einfach nicht speichern. Oh Gott, das ist auch so neblig hier, ne? Ich sehe gar nichts. Erwischt. Habt ihr Stan liegen sehen? Ah, da ist aber noch eine. Ah, da war sie doch grad. Na los, komm raus. Ich weiß genau, dass du da bist. Ich weiß bloß nicht genau, wo du bist. Wow. Shit. Ich brauche Heal. Okay, wir haben sehr viel Panzerfaust, Moni. Finde ich erstmal ganz gut. Wir werden hier zugeschissen wie Sau. Verheißt nichts Gutes. Ich brauche Leben. Ich brauche dringend Leben. Da ist der erste Supersoldat. Oh ja, der ging genau rein. Noch einer. Oh Gott, jetzt muss es aber mal enden. Oh Gott, da kommt der nächste. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Je. Oh shit. Ist hier irgendwo ein Heal? Come on. Komm, Panzerfaust. Oh ja, hier ist Heal. Wer damit? Oh shit. Junge, was hält deren scheiß Rüstung aus? Wie viel Panzerfaust, Moni, hatte ich? Sechs Stück oder so? Warte mal. Ich teste das Ding nochmal. Gucken, wie effektiv das gegen die ist. Ähm. What? Okay. Der war ein bisschen komisch gerade, der Typ. Irgendwie hat der Zero Fucks auf mich gegeben. Scheiße, jetzt bin ich wieder hier. Warte, wo habe ich gespeichert? Oh nein. Naja, gut, okay. Dann kann ich mich nochmal ein bisschen drauf vorbereiten. Ach, die lebt ja auch noch. Lol, habe ich dich direkt getroffen? War hier eigentlich noch irgendwas drauf? Ach, guck mal. Guck mal an. Was haben wir denn hier? Äh. Dafür, dass das so viele Half-Kids waren, habe ich aber verdammt wenig Leben bekommen. Ist doch nicht euer Ernst. Okay, erstmal weglooten. Äh, die Panzerfaust, die Panzerfaust. So ein Waffenrad wäre halt geil. So ein Waffenrad wie in den neueren Teilen. Das wäre super. Ach man, ich hätte so gern ein Remake von diesem Spiel. So gern einfach ein Remake davon. Oh, oh. Oh, die Panzerfaust. Wo war denn die Panzerfaust? Ich scroll einfach mal durch. Irgendwann muss sie ja kommen. Hat ich nicht noch Panzerfaust, Muni? Naja, gut, okay. Dann habe ich jetzt halt welche. Von mir aus. Von mir aus. Oh, shit. Okay, das war nicht so gut. Komm, komm, komm. Gib, gib, gib. Okay, ich muss reload. Okay, der ist down. Sehr gut. Herb mit der Muni. Direkter Treffer. Okay, der ging meilenweit daneben. Oh, shit. Der ist dieses Tesla-Ding. Ja, Panzerfaust, Muni, kriegt man hier auf jeden Fall gut. Ist er tot? Jo, hab ihn erwischt. Oder? Nee, doch nicht. Was die aushalten, ne? Ist das so lächerlich? Jetzt stirb endlich! Okay. Okay, das war's schon. Krass, ich hätte jetzt tatsächlich mit ein bisschen mehr Widerstand gerechnet. Wenn ich ehrlich bin. Okay, aber hier war noch irgendein Secret, ne? Irgendwas stand da gerade. Ja, ja, es gibt noch ein Versteck und neun Schätze. Warte mal. Ich guck mich noch mal kurz um. Guck mal. Geht's hier vorne vielleicht noch rein? Nee. Irgendwo muss noch was gewesen sein. Irgendwo in diesem Level. Ich weiß nicht. Will ich jetzt noch mal suchen? Will ich jetzt noch mal suchen? Ah, ich komm gar nicht mehr zurück, ne? Nee, ich komm gar nicht mehr zurück. Okay, das ist ein bisschen fies. Aber hier ist, glaub ich, nix weiter, oder? Munition kann ich auch nicht weiter aufsammeln. Ja gut, Freunde. Dann, äh, geh ich, glaub ich, einfach mal direkt ins nächste Level. Dann wisst ihr ja, was ihr wieder zu tun habt, ne? Gerne Infos geben, wo das, äh, Versteck noch war. Ich hab jetzt persönlich nix gesehen. Hab allerdings auch nicht so genau geguckt. Muss man dazu sagen. Na gut, ähm. Wie, wie lang ist denn die Aufnahme jetzt? 13 Minuten? Ja, ist ein bisschen kurz für einen Part. Komm. Eine machen wir noch. Wir gehen noch in die nächste Mission rein. Rein da rein. Rein in den Abgrund. Okay, das ist schon... Oh, das ist jetzt schon das, äh, Ende. Das ist jetzt schon die letzte Mission. Äh... Gut, okay. In dem Fall mach ich hier doch einen Cut. Weil das ist, äh... Das wollte ich auf jeden Fall für einen Part noch aufheben. Ich glaube, das müssten wir durchkriegen in dem nächsten. Krass, dann ist das Spiel sogar schon fast durch. Oder? Ich hab's jetzt nicht mehr so ganz im Kopf. Könnte auch sein, dass noch ein paar Folgen kommen. Aber gut. Dann, äh, ist das heute eine etwas kürzere Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.